Ja, liebe Freunde, bevor wir starten, jemand vom Event hat mein Buch mitgenommen und ich habe irgendwie sein signiertes Buch von Marc Friedrich bekommen, denn hier steht drauf, für Abel in Gold und Bitcoin, we trust. Du hast mein Buch, ich habe dein Buch, melde dich, dann finden wir eine Lösung oder einen Weg, wie wir unsere Bücher wieder austauschen können, das ist ganz wichtig. Ja Leute, heute reden wir, Stabilität, Bank, UBS, Gefahr, ja, nein und wie sieht es denn allgemein aus, Situation, Sharon Paul, morgen ist es soweit, dann muss die Lösung herkommen, heute und morgen beraten sich die wunderbar in ihrem gemütlichen Kissen und dann haben wir natürlich noch andere News, nämlich auch Spannendes über Polygon, aber auch über Coinbase, das Ganze heute in den News. Wir starten natürlich mit Achtung, Skemahnung. Und zwar habe ich mittlerweile bei Twitter und auch bei Telegram den blauen Haken, aber es fehlt immer noch Instagram, also passt mir auf, wenn hier dubiose Menschen sich bei euch melden, unter meinem Namen, das bin ich dich, ich verlange für euch niemals Geld oder Sonstiges. Wir sind bei 68 Punkten angelangt, weiter also im Gear Level, wichtig aber auch für uns, wir haben noch 372 Tage bis zum Halving, das bedeutet also nach dem Halving wird Bitcoin natürlich teurer geschürft und somit natürlich auch nochmals einen Preisanstieg sehen, wie wir es eben auch schon anno dazimal gesehen haben. Die Nachfrage wird also dementsprechend steigen. Und eine wichtige News, Crowdswap startet in 10 Tagen mit dem nächsten Sale und diesmal betrifft es Nexus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Nexus nie wirklich großartig verfolgt. Wenn ihr Bock habt, kann ich ein Video machen, das dürft ihr gerne hier mal in die Kommentare einschreiben, was Nexus überhaupt ist, dann filitiere ich mal dieses Projekt und dann machen wir mal ein Video daraus, dann überlegen wir uns, ob es auch cool wäre, hier zu investieren. Es wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich habe auch schon mal überlegt, in der Community einen hauseigenen Token zu machen, wo quasi jeder eigentlich in diesen Token investiert und wir eigentlich mit diesem Token wiederum in solche Projekte investieren. Und jeder, der prozentual so dementsprechend seinen Anteil von diesem Swiss CryptoJay Token hat, zum Beispiel, ist nur eine Überlegung, bekommt natürlich auch dementsprechend diese Rewards. Wäre so eine Überlegung, müssen wir mal gemeinsam schnacken, vielleicht mal im Telegram oder so. Wir schauen das mal an. Ist nur eine Idee, gerade spontan durch den Kopf gegangen. Ja, lieber Jay in den Staaten, ich bin der Jüngere, eher der Ältere, dass wir das schon mal geklärt haben. Aber am 8.3. hat er ganz klar gesagt, ja wir müssen die Zinsen gegebenenfalls noch weiter erhöhen, die Zinsgipfel erhöhen und eben das Tempo erhöhen. In der Zwischenzeit wissen wir, was passiert ist. Silicon Valley Bank, zwei, drei weitere Banken, Bankrun, Angst, Unsicherheit auf den Märkten. Man saß an der Kapitalisierung, man saß im DAX, man saß im Nasdaq und so weiter und so fort. Und da stellt sich natürlich die Frage jetzt, was wird passieren? Denn morgen ist es soweit. Und gleichzeitig kommt der Druck auch von der Privatwirtschaft. Wir haben auf der einen Seite die Banken, die Stellen jetzt abbauen müssen oder sie schon gemacht haben. Das ist nicht wenig, jeder von euch weiß, wie viele angestellte Banken haben. Amazon kommt ebenfalls und sagt, wir werden nochmal 9.000 Leute abbauen. Ja, also der Druck wächst. Und gleichzeitig aber zeigt sich Bitcoin sehr stabil. Er besteht den Stresstest. Natürlich muss man nicht sagen, wohin soll man denn aktuell gehen? Klar könnte man in ein Stablecoin, aber will ich wirklich in ein Stablecoin, wenn ich schon spekulieren kann? Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Was machen die grossen Anleger? Was steht ihnen denn aktuell offen? Rohstoffe natürlich, Gold, Silber, aber auch Gallium, Platin und so weiter und so fort. Sehr interessant. Denkt an Themen Global, alleine nur schon das. Und wo will ich denn sonst noch hin? Es wird schwierig. Ihr seht, wir stehen an einem gewissen Punkt. Wenn man Bitcoin natürlich jetzt anschaut, die letzten drei Monate, hat Bitcoin sehr schön performt. Na okay, der Februar sollte man wirklich nicht grün, den müsste gelb sein, denn 0,03 ist 0 Runde. Nichtsdestotrotz sagt man in der Regel drei aufeinanderliegenden Monate, die besser abschließen, grün abschließen, geben uns den Takt für den Bullenmarkt vor. Jetzt in Februar würde ich tatsächlich hier jetzt ausschließen. Also haben wir auch beim März wieder beim ersten Monat begonnen. Und der März ist aber auch noch nicht fertig. Da laufen natürlich noch die ein oder anderen Gefahren da draußen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber für die Hudler da draußen ein ganz wichtiger Chart. Dieser Chart unter anderem nutzt auch Marc Friedrich. Hat er in seinem Vortrag bei mir am Event ganz klar gesagt. Wenn man in der grünen Box unten ist, mit der zwei Jahre Moving Average, dann kauft er. Dann wird akkumuliert. Wenn wir oben in der roten Linie treffen, mit dem X5, dann verkauft er jeweils wieder. Also das ist seine Strategie. Darunter kann man natürlich immer wieder die Fibonacci-Tools nutzen, um neue und spannende Einstiege zu planen. Ganz, ganz wichtig. Weil wir haben, meiner Meinung nach, immer noch eine Gefahr offen. Wir Menschen sind Spezialisten, etwas zu verdrängen. Corona wurde sehr schnell verdrängt. Warum? Ja, da kam ja die Finanzkrise. Und ich sage euch eins. Die Bankenkrise wird auch irgendwie verdrängt. Mit der Immobilienkrise. Und so weiter und so fort. Irgendwann wird alles verdrängt. Irgendwann sind wir einfach nur noch stehen. Ich glaube, wir werden Zombies ohne ein Virus. Weil einfach unser Hirnmatsch wird. Irgendwie so in die Richtung. Aber wir haben immer noch Grace-Card. Das ist immer noch da. Also wir reden hier von 629.000 Holdingbestand von Bitcoins. Aber man darf auch sagen, sie haben jetzt stetig immer wieder verkauft. Ich gehe stark davon aus, dass sie ihre Anlagen abschreiben. Das sieht man anhand von der Linear. Das ist relativ linear, wie wir den Bestand abbauen sind. Das heisst, sie minimieren aktuell ihr Risiko durch ihre Anlageabschreibung, die sie monatlich machen, um ihr Ergebnis zu verschönern. Also nicht verschönern. Um es nicht zu stark zu belasten. Nichtsdestotrotz würde das wahrscheinlich x Jahre dauern, bis sie unten angekommen sind. Sie rechnen wahrscheinlich mit einer Kreuzung. Irgendwann, wenn es einen Cross gibt, ihr Bestand gegenüber dem Bitcoin, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz müssen wir da immer noch die Augen aufhalten. Denn das könnte natürlich nochmal eine massive Kehrtwende geben für Bitcoin. Ja und dann haben wir natürlich wieder mal Exchange-Stress. Obwohl durch Stress hier irgendwie völlig lächerlich ist. Es geht um Coinbase. Coinbase bietet das oberste Gericht, um zwei Sammelklagen ein bisschen auszusetzen. Also wenn man das ein bisschen liest, frage ich mich teilweise, dass es auch solche Sammelklagen geben kann. Und daran gibt man natürlich Sammelklage. Ja, Coinbase hat hier ganz klar registrierte Wertpapier verkauft. Das ist mal das eine. Das andere war so, dass ein Nutzer über einen Fake-Paypal-Account 31.000 Dollar ausbezahlt hat und das Geld war natürlich weg. Da frage ich mich, was hat Coinbase damit zu tun? Aber naja, spielt keine Rolle. Es ist wie es ist. Auf jeden Fall hängt da Coinbase gerade ein bisschen in der Luft. Die wollen das separat, bilateral lösen mit den Leuten, ohne dass es jetzt hier zu einem sinnlosen Gerichtsstand kommt. Ganz, ganz wichtig. Einfach auch nochmal kurz für euch. Das ist nicht ganz so tragisch. Was hingegen mega ist. Immutable und Polygon Labs schliessen sich zusammen, um das Web3 Gaming Ökosystem zu erweitern. Ich habe euch damals auch die Krypto-Gang informiert im Interview bei Marcel. Ich habe gesagt, haltet die Augen offen bei Matic. Das hauseigene Polygonetz. Das ist so interessant und spannend, ich kann es nicht mehr andeuten. Und ich glaube auch, dass dieses Ökosystem wahrscheinlich eines der besten Performers sein wird im nächsten Bullenmarkt. Was sehr interessant ist, die geben sich sehr Mühe, die arbeiten da intensiv dran. Das ist unglaublich. Aktuell haben sie das Web3 sowas von auf dem Schirm. Und sie suchen natürlich jetzt Partnerschaften, immer mehr Partnerschaften, die eben mit Polygon zusammenarbeiten. Respektive den Weg von der realen Welt in das Web3 hinein. Sei es Gaming, sei es Technologie und so weiter und so fort. Also man kann eben auch die ganze NFT-Geschichte, Leute. Stellt euch vor, ich kaufe Leandro Lopez Turnschuh, ich scanne das ab und das ist dann parallel, nicht nur eben bei euch physisch am Fuß, sondern eben auch in der virtuellen Welt. Mein Schwager hat mich gerade gefragt, gestern war der Geburtstag meines Neffens, und hat mich gefragt, hey Jay, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja relativ einfach, auch so dumm es klingt, ist es so. Stell dir vor, ich stehe jetzt gerade vor dir, aber eigentlich liege ich gerade zu Hause im Bett. Aber in der virtuellen Welt ist genau 1 zu 1 deine Wohnung da, weil du bei Sandbox oder wo auch immer gerade das Land dazu auch gekauft hast. Und du wolltest einfach das normale 1 zu 1 Haus hier haben. Du hast jetzt vielleicht gerade Linsen drin, die es ermöglichen, die VR-Technologie mit der realen zu verbinden. Auf gut Deutsch gesagt, du siehst deine reale Wohnung, hast aber mit der VR-Linse, die du drinnen hast, siehst du eben auch gleichzeitig ins Web3. Und so ist eben dann irgendwann auch die Verbindung. So weit muss es gehen, geht ja gar nicht anders. Die Frage ist nur, wer stellt diese Linsen her? Hm, große Frage zeigen, habe ich jetzt schon mal ein bisschen was reingetisert. So, ja und was spannend ist, dass eben Polygon unter anderem mit Reddit, das grösste Online-Forum der Welt, Starbucks und noch viele, viele andere spannende, interessante Projekte aufgestellt hat. Unter anderem eben auch für Final Fantasy, für die NFT-Stories. Also ihr seht, das entwickelt sich langsam, aber sicher rasant. Und dazu kommt, und ich sage es euch jetzt schon, die künstliche Intelligenz, das ist das, was zusätzlich kommt. Leute, macht euch bereit, wenn wir diese ganze Krise überstanden haben, mit Krisen, Finanzen, IMO, etc. Wenn wir das überstanden haben und wieder uns fokussieren können auf das Reale, das, was wichtig ist, nämlich der Fortschritt der Menschheit, dann glaube ich, werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren spannende Entwicklungen sehen in Richtung Web3. Also informiert euch darüber unbedingt intensiv. Ja, und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Ja, jetzt bin ich durch. Wir sehen uns gleich in der Chart-Analyse. Da bauen wir nämlich die News wieder mal ein bisschen rein, denn der Schemopol wird ja morgen seine Entscheidung treffen. Ich rechne damit, dass er tatsächlich die Zinsen erhöhen wird. Naja, wir werden sehen, was das für Auswirkungen hat. Wir sehen uns, sagen Tschüss aus Schwyz, Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.